Hallo Leute, hier ist wieder Deutty Mainzer und ich begrüße euch mal wieder zum Freitags Video über Xur. Wir warten jetzt erstmal bis wir im Tower sind und dann schauen wir mal wo der alte Sack ist und was er diesmal dabei hat. Es soll ja diese Woche das erste mal möglich sein seine alten exotischen Sachen bei Xur gegen Glimmer und einen Exotic Shard einzutauschen. Schauen wir gleich mal ob das jetzt schon funktioniert und vor allem was er dabei hat. Man hat wenigstens ein paar gute Sachen dabei, dass man die auch eintraden, also dass es sich überhaupt lohnt die einzutraden. Suche Zeichen da unten. Achso, ich habe hier noch die eine Mission für Xur. Ok, schauen wir erstmal. Die Shards nehme ich mal mit. Das letzte Ort. C. Robuls. Ok, schauen wir mal was wir davon umtauschen. Wahrheit und Falkenmond habe ich ja schon als Neue gekriegt. So, Hallöchen. Ein Dach. Mal was hast du. Exotischer Waffenbeutezug. Unkelheit geprägtes Waffengestell. Na dann. Das war für meinen einen exotischen, für Bad Juju. Jetzt holte ich noch hier diese Ohrne. Oh, Arme für den Titan. 366. Ok, nice. Leerefangzahn für den, ne den will ich nicht. Verzeihung, Blüter. Ok, ich habe die aber doch dabei. Irgendwann zählt er die nicht? Muss ich die in der Hand halten, oder was? Ok, ansonsten wieder nichts besonders Gutes. Lichtpartikel holen wir mal davon. Den Helm. Dein Körper erscheint es. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wenn ich die... Ne, was tue ich denn als erstes eintraden? Ach, die Soros, komm. Die ist ganz gut für Crowther. Ah, ok, man muss die wirklich ausgewählt haben am Anfang. Hier, zack. 7.789 Klimmer, Alter. Boah, bist du ein dreister Sack. Sure, du bist ein Bastard. Das will ich nur mal festhalten. Jetzt fehlt mir Geld ein. Ah! Vision, Scout, Impuls. Brauche ich alles nicht. Wahrheit habe ich schon gekriegt. Neu. Will ich die für den Titan nehmen? Licht 36. Der Helm. Der Helm. Der hat meine Sonnenbrecherhandschuhe. Umtauschen. Ok, die muss ich mir noch holen. Und ich mache das noch für meinen Titan. nachher drinnen und runter. Hm. Icebreaker zum Umentauschen. Ok. Auf jeden Fall wissen wir was Xur alles dabei hat. Ich hoffe es hat euch geholfen, ich hoffe auch das mit dem kurzen Eintauschen von der Waffe ist jetzt irgendwie euch schon klar und wir hören uns nächste Woche wieder spätestens.